Hier! Hier drüben! Ja, ich bin noch da, Leonardo! Einen kleinen Moment, bitte. Es geht los! Welcher Pass? Du hast keinen Pass? Ihr könnt Venedig nicht ohne Pass betreten. Wer hat euch eingeladen? Äh, niemand. Was da? Kein Pass? Kein Zutritt? Keine Sorge, Leonardo. Mir fällt schon was ein. Steht da nicht so rum! Ich brauche Hilfe! Ich habe das irgendwie ein Gefühl, dass sie uns helfen wird. Der schreiende Frau helfen zurück, in den Hafen zu gelangen. Ein Boot beschaffen steht hier. Ja, da ist eins. Das ist auch nur das, was wir nehmen können. Ja, ja, ja. Ich helfe dir doch gleich. So, wie kann man jetzt hier was verwenden? R2, was? Ruder? Achso, neben eines Ruders. Ah, da müssen wir erstmal den Kreis drücken. So, und jetzt können wir fahren. Wo ist denn hier die gute Frau? Keine Ahnung. Wir, wir rudern einfach. Wiederholt, äh, Kreis drücken. Alles klar. Aha. Ja, das muss man erstmal rausfinden. Ah! So, ich komme. Gute Frau. Ich hoffe, sie haben ein Ticket. Sonst bleiben sie da drauf. Madonna. Oh, ihr seid gut. Sicher habt ihr Schlag bei Damen. Ich wollte niemanden beeindrucken. Nur eine Dame aus der Not retten. Und genau darum beeindruckt ihr. Und ihr seid Messer... Auditor. Aber bitte. Nennt mich Elzio. Ich heiße Katharina. Katharina kennen wir doch irgendwo, ja. Nun, Elzio. Müssen wir eine angemessene Belohnung finden? Ja. Habt ihr etwas Besonderes im Sinn? Da gibt es vielleicht etwas, wobei ihr mir helfen könnt. Und das wird diesmal kein Knicknack werden. Das kann ich dir schon so versprechen. Ja, Signora. Wie ihr wünscht, Signora. Er wird euch nicht mehr belästigen. Ich... Habt das erledigt. Habt Dank, Katharina. Vielleicht sehen wir uns wieder. Solltet ihr euch jemals in Forli wiederfinden, wäre es ein... Vergnügen, euch zu treffen. Und ich freue mich auf eure Gastfreundschaft. Bitte, nehmt meine untertänige Entschuldigung an, Signore. Nichts untertänig. Das ist schon gut, mein Freund. Jetzt wollen wir dich kalt machen. Zack. Das war eine unerweiterte Reise, beziehungsweise die Erinnerung. Alle an Bord. Und damit haben wir die Sequenz 6 beendet.